Willkommen zurück beim EcoSport Live TV. Jetzt geht es um die Turnierschläger, um die Einzelschläger von Speedminton. Ich möchte da gerne anfangen mit dem ViperLight. Der ViperLight. Um heute die ganze Verpackung zu zeigen. Sieht so aus. Da ist die Hertha Card, da ist die Chetty drauf, meine ehemalige Mixpartnerin. Und wir sehen, der Schläger hat die selbe Schablone wie die ganzen Aluminium-Standardschläger, die in den Sets sind. Ist aber nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Grafit und fühlt sich sehr gut an. Er ist ein bisschen grifflastiger als der Viper. Hat aber dadurch den Vorteil, dass er sich sehr gut führen lässt. Man kriegt nicht so viel Druck drauf wie beim Viper durch eben diese Grifflastigkeit und dadurch, dass er ein bisschen weniger wiegt. Es ist nicht viel, aber man merkt es. Man merkt es auch im Spiel. Es war eine Zeit einer meiner Lieblingsschläger. Aber ich persönlich habe gemerkt, ich kriege dann doch unterm Strich zu wenig Druck drauf. Das ist aber, wie gesagt, so eine Körperstaturfrage. Jemand, der, sagen wir mal, muskulöser ist, kann auch einen schweren Schläger nehmen. Deswegen ist der Schläger gut für Jugendliche, würde ich sagen. Und für Frauen. Wenn man mehr Power will, dann geht man eben zum Viper. Der Viper ist das hier. Der Schläger. Der ist, wie gesagt, ein bisschen kopflastiger. Hier den Balancepunkt, wie man sieht. Genau. Nach wie vor mein Lieblingsschläger. Nicht nur, weil ich auf der Header gehabt bin, sondern weil ich am besten damit spielen kann. Ich beobachte immer wieder, dass kleinere Menschen den sehr gerne haben. Ich bin irgendwie auch nicht so groß, aber ja. Und dass Batman-Spieler ihn sehr gerne spielen. Genau. Das ist der Viper. Dann gibt es den den Blade. Ich würde mal sagen, der Blade ist mit Abstand der am häufigst gekaufte und gespielte Turnierschläger. Liegt auch daran, dass er bei Tennisspielern sehr beliebt ist. Er ist ein bisschen länger als die Standardschablone, also sprich als der Viper oder der Viper Light. Wie man hier sehen kann. Ist ja ein bisschen länger vom Kopf her. Fühlt sich super an. Hat eine klasse Balance. Ist relativ kopflastig. Man kann viel Geschwindigkeit auf den Ball bringen. Viel Tempo. Kann viel Druck machen. Per spielt ihn. Also für mich der beste Spieler der Welt. Und der Sweetspot ist relativ groß. Ja. Also der Treffpunktbereich, wo man den Ball mit treffen kann oder sollte, sodass er optimal getroffen wurde, ist relativ groß. Aber zum Thema Sweetspot. Nichts gegen den Phantom. Weil der Phantom hat jetzt nicht mehr diese Eye-Form, sondern vielmehr eine runde Form. Also nicht eine globale Form, sondern runder als die Standardschablone. Aber natürlich auch runder als der Blade. Er ist genauso lang wie der Blade. Und er ähnelt sehr stark einem Tennis-Schläger. Deswegen wird er auch von Jasmina gespielt. Beispielsweise der eine weithändige Rückhand spielt. Diesen Schläger empfehle ich vielen Tennisspielern. Die eben gewohnt sind, einen Tennisschläger in Hand zu haben. Und gern auch dieselbe Stabione spielen. Ich persönlich spiele nicht so gerne. Mir wird dann wieder etwas zu breit. Ich stoße mir dann auf einmal an meine Wade an. Aber das ist definitiv auch eine große Geschmacksfrage. Und mit dem Pfleger kann man viel machen und auch viel erreichen. Tolles Ding. Dann die High-End Variante. Das ist der Xtreme. Xtreme deswegen, weil er hier ein X vorweist unter anderem. Hat wieder von der Schablone die ähnliche Form wie der Phantom. Ist insgesamt ein bisschen schwerer. Aber immer noch relativ handlich. Und der Vorteil liegt natürlich, wenn man jetzt wieder ein bisschen kompulenter ist, wenn man die Muskelmasse mitbringt, dann macht es Sinn auf den schwereren Xtreme umzusteigen. Anstatt den Phantom, wenn man die Schablone mag. Dadurch kriegt man noch mehr Druck und noch mehr Geschwindigkeit auf dem Ball auf. Von den Materialien her sind die ganzen Turnierschläger keine Aluminiumschläger mehr. Sondern eben entweder Grafit, Kevlar, Carbon. Wenn das jetzt nichts sagt, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist auch nicht weiter wichtig. Aber natürlich spielt das eine große Rolle für die Impulsübertragung vom Körper über den Schläger zum Ball. Umso besser das Material, umso hochwertiger, umso mehr ist da möglich. Aber eben auch für die Gelenke wesentlich schonender. Und das darf man auch nie vergessen. Das heißt, wenn ihr ambitionierter seid, wenn ihr öfter Speedminton spielt, Crossminton Turniere besucht, das einfach ein bisschen ernster betreiben möchtet, dann ist ein Turnierschläger in meinen Augen absolute Voraussetzung. Ansonsten, wenn ihr so ein bisschen hin und her dattelt im Garten, reicht euch natürlich auch ein Standard-Set. So viel dazu. Habt Spaß, geht raus und spielt.